Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu meiner Folge Agameration. Es geht wieder los und natürlich ist wieder direkt der App über uns. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir erstmal ganz herzlich willkommen für den ganzen Support. Und die letzte Folge, die ganzen Kommentaren, die ganzen Likes. Alles was ihr so gemacht habt, vielen lieben Dank an euch Leute. Freue ich mich wirklich sehr drüber, da macht ihr mir wirklich eine Freude mit. Das ist echt immer wieder schön zu sehen, dass da so viele Leute das auch mögen, was man macht. Und dass man sich die Mühe gibt, dass das alles nicht umsonst ist. Ist schön, ist sehr schön. Freue ich mich drüber. So, und was ich euch jetzt erst mal zeigen muss, was ich jetzt schon so nebenbei getan habe, was ich eigentlich noch gar nicht wollte, guckt ihr das an. Das hier sind meine Weihnachtsdrachen, meine Freunde. Ich bin nämlich heute nochmal richtig aktiv gewesen und bin die ganzen Drachenschluchten durchflogen und habe irgendwie alle Eier mitgenommen, die da drin waren. Ich habe zweimal die ganzen Drachenschluchten geleert und ich habe nur die Eier gebrütet, wo ich wusste, dass da Weihnachtsdrachen drin waren, die dasselbe Level hatten. Also wenn ich einen Weihnachtsdrachen gesehen habe, direkt Level abgecheckt, Ohrlevel 40, hatte ein 40er Ei dabei, habe das ausgebrütet und dann war es meistens auch ein Weihnachtsdrachen. Also wenn ihr einen Weihnachtsdrachen wirklich jagen wollt, guckt euch die Level an, die ihr in der Schlucht seht und guckt, ob ihr so ein Ei dabei habt und dann müsst ihr speziell das brüten, würde ich so sagen. Also das ist so mein Tipp an euch. Und ich habe auf jeden Fall richtig nice herausbekommen, der hier gefällt mir persönlich am besten, ist leider nur ein 40er. Wäre das ein höherer gewesen, wäre übel nice gewesen. Das hier war ein 80er, den habe ich aber schon gelevelt, den habe ich komplett Gewicht gelevelt, weil ich die ganze Zeit einen Gewichtsdrachen schon brauchte, von daher habe ich mir jetzt einen gemacht. Also der war auch nur Level 80, nicht, dass ihr denkt, alter, was hat der für einen guten gefunden, 136 Ei. Ne, das war leider nur ein 80er, aber der ist schon ausgelevelt, so. Das wollte ich kurz erklärt haben, was wollte ich noch erklären, was wir heute vorhaben. Wir haben heute vor, erstmal einen Basilisten zu zähmen, das ist nämlich der hier, der liegt hier unten, da. Das ist ein 120er und den haben Dizzy und Jones entdeckt. Leider habe ich den nicht gesehen, obwohl er vor meiner Base liegt, aber ich habe ihn nicht gesehen, Dizzy und Jones haben ihn zuerst gesehen, von daher kriegen die ihn natürlich. Der Grasheim sah ganz schön komisch aus, kriegen die ihn natürlich und mit denen treffen wir uns gleich, die stehen wahrscheinlich da oben irgendwo und warten schon und holen uns den auf jeden Fall ran, 120 ist übertrieben. Ich glaube, der ist von da oben irgendwo runtergefallen, ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall das erstmal und dann wollen wir noch an die Oberfläche gehen. Ich habe nämlich die anderen zwei Spots rausgesucht, wo man noch an die Oberfläche gehen kann. Einen haben wir ja schon gezeigt, hier hinter unserer Base. Es gibt zwei weitere, einer die Richtung, einer die Richtung und da wollen wir auf jeden Fall mal an die Oberfläche gehen und uns das Ganze mal angucken. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil ich habe keinen Plan, wie das aussieht. Ich habe nur die Eingänge gesehen und dachte, ne, das machen wir in der Folge, weiter zeigen wir das nicht. So, jetzt habe ich schon wieder so viel gelabert. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt gleich mit dem Dion Jones und dann erzählen wir uns erstmal den Baselisten. Bis gleich! So, meine Freunde, und da sind wir wieder am Start an Machi Space und wir wollen jetzt den lieben Basilanten an den Start bringen, der direkt hier steht. Alter, der ist, glaube ich, echt von da oben runtergefallen, ne? Ja, Mann. Der ist da getropst. Der ist getropst? Getropst? Bei uns hattest du gesehen, oder? Glaube ich sogar. Na, ich habe den ja sogar gepullt. Ich wollte mit der Zip-Line, die wir da bei uns, also ich habe ja eine gespannt von unserem Felsen zu dem hier rüber. Und da war ich halt dran. Ja. Und plötzlich gräbt sich das Ding aus und greift mich an. Achso. Und bin ich halt schnell abgehauen. Okay. Der alte Jones hat einfach gegen den gekämpft. Wer will was machen? Oh, irgendjemand wirft ein Ei hin und steht kurz auf und rennt weg, oder? Ja, aber das Problem dabei ist... Ich habe kein Ei dabei. Ja, ich habe, ich habe, aber das Problem ist, da hinten sind ja Turrets. Ja. Da hinten sind zwei Turrets. Ah, die schießen halt bei weitem nicht hierher. Und bei mir sind Turrets. Ja, aber wenn ich den jetzt in die andere Richtung pulle... Ach, komm, ich stehe einmal auf, komm. Du pullst den... Du kannst sagen. Geht, geht, geht. Yolo, 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 Yolo. Easy. Ibims, bitte nicht fressen. Okay, jetzt hau ab. Ja, tu ich doch. Go, Basilant, go, Basilant, go. Andere Richtung! Andere Richtung! Anders, anders, genau das meinte ich. Oh, der hat sich wieder eingegraben. Der hat sich wieder eingegraben? LOL. Das hat irgendwas. Eimer direkt in seinen Augen. Seiner Augen. Wo, wohin? Was macht ihr da? Ich seh nix. Was machen Sachen? Er folgt den nochmal. Oh, gut so. Das ist eigentlich ganz gut. Hau ab, hau ab, weg. Wo ist das Ei? Ich seh das Ei gar nicht. Komplett weg, bevor er zu Dings geht. Habt ihr das Ei wieder aufgehoben? Nein. Komm zurück, Baselant. Da ist er. Der folgt den immer noch. Oh nein, wenn der in die Turrets geht, ne? Ja, genau das meinte ich nämlich. Ich bin halt am Arsch der Welt jetzt. Ich schalte schnell den Dings ab. Ja, stell die einfach raus. Obwohl, dann werden nachher unsere Tiere angegriffen. Das wär auch traurig. Naja, wir können den ja gleich wieder anmachen. Aber warte, er läuft Richtung Ei, glaube ich. Ja, er hat Hunger. Ja, gönn dir. Dickes Walkdrag-Ei. Ey, jetzt geht er wieder zu dir, oder? Hä? Jetzt geht er rück jetzt zum Ei? Hä, was tut er? Der hängt da jetzt in den Steinen fest. Der alte Baselant, der hätte da nicht so rumgehangen. Obwohl, jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm schon, komm schon. Oh, easy night. 179, Alter. Das ist ein perfect game. Ja, man braucht echt nur ein Ei. Egal welchen Level die haben, oder? Ist echt so. Aber, weißt du was? Eigentlich müssen wir eben den kurz ausprobieren. Ich will mal gucken, was für einen Grundschaden der hat. Ich hole euch einen Saal, Leute. Oh, ja. Oh, na, ich hab einen dabei. Du hast einen Saal, du hast einen Saal dabei? Na klar. Vorbereitung ist anders. Ihr seid ja so ein gutes Team ihr beide. Das ist ja unglaublich. Seid ihr bereit, Team-Arbeit? Du, du lügst auch ohne rot zu werden, oder? Nein. Max, wir sind ein gutes Team. Ey, Team Joe ist die beste. Der hat gute Stats, ne? Der hat jetzt schon 9.000 HP. 9.000, Alter. Der hat 3.200 Weight, Alter. 3.000? Ja. Startgewicht 3.000. 2.66% Midi. Alter, wie viel Schaden ist das wohl? Ich will sehen, wie viel Schaden das ist. Dann müssen wir aber runter. Oder hier an der Seite sind hier nicht auch irgendwelche Sachen? Ich kann ja mal gucken. Machen Sachen. Ja, lauf durch mich durch. Willst du vielleicht? Hier ist ein Raptor. Hier hinten ist ein Raptor. Du musst ja nur mal kurz beißen, damit wir mal sehen, was er an Schaden macht. Ja, warte. Ja, komm. Der greift sowieso nicht an. Okay, wir warten. Auf Dizzy. Wie immer. Ist doch mal was Neues. So, gib ihm eine. Okay, gib ihm. 146. Wow. Das geht auf jeden Fall fit, Alter. Der ist ungelevelt, ne? Der ist noch nicht ein Level reingepackt. Flanko, Alter. Schon nice. Geil. Ich würde fast sagen, wollen wir uns jetzt gleich schon auf den Weg machen zu den Oberflächenspots? Weil die würde ich gerne zeigen. Ja, sehr, sehr gerne. Alter, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Wir müssen so darauf achten, dass wir zur richtigen Zeit hingehen. Aber das kann ich ja gleich nochmal fix erklären, wenn wir dann da sind. Genau. Alles klar. Okay, Leute. Der Treffer ist gleich da. Bis gleich. Ja, was? Bis gleich. Bis gleich. Ja, Mann. Und ich glaube, ich muss gleich mal Gamma machen, weil es ganz schön dunkel ist und ich hier gerade irgendwie nicht aus dem Loch rauskomme. Ja. Okay. Und wo drauf ihr achten müsst, ist, dass ihr zwischen 5, also 5.53 Uhr und 17.27 Uhr, da brennt die Oberfläche. Sonst dann brennt ihr sofort und seid super tot. Und das war's mit euch. Dann geht ihr in Flammen auf, Mann. Ja. Okay. Mit Gamma 3 sieht das auch gar nicht so schön aus, aber wir machen das. So. Kommt ihr mit? Seid ihr bereit? Und es ist gerade 18 Uhr irgendwas, von daher brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir in Flammen aufgehen. Hoffe ich zumindest. Habt ihr Hazard Rüstung an? Ihr schon nicht. Sollten wir vielleicht tun, oder? Ja, ich zieh sie auch an. Gönne ich mir mal eben. Ja, komm. Gut, ich hab keine Schuhe mit. Fällt mir gerade auf, aber... Äh, ich hab Schuhe. Oh, das ist ein Traum. Ey, warum, warum vergesse ich immer irgendein Teil? Hahaha. Komm her. Warte. Erst mal Skorpion, okay. Ich pack's in meinen Drake rein. Warte. Okay, warte. Halt, ich brauch's glaub ich nicht, weil der ganze Oster oben ist eigentlich. Glaube auch, aber sicher ist sicher. Jo. Nicht, dass ich gleich wieder safe rip bin. Ja, das stimmt wohl. Danke. Ich hab an dem einen Tag, wo ich die Handschuhe vergessen hab, hab ich richtig mies Schaden bekommen. Echt jetzt? Ja. Richtig krass. Und los geht's, Leute. Waaah. Alter, ist das nice, oder was? Ja, Mann. Hahaha. Oh mein Gott. Gibt's ja auch einen kaputten Obelisten, oder? Ja, da hinten ist einer. Der ganz hinten ist einer. Okay. Oh mein Gott. Das sieht wirklich nice aus. Das sieht so übertrieben krass aus. Es ist so schade, dass man hier nur in der Nacht hin kann, ne? Ja. Ja. Weil am Tag das mal zu sehen, wär halt irgendwie viel schöner. Aber dann, dann, dann ist wirklich safe rip, ne? Ja, dann ist wirklich safe rip. Alter, das sieht halt so heftig aus. Ah, ich hab den neben des... Oh, ein Reaper neben uns. Was? Jetzt schon? Ja, ja, spring. Ernsthaft. Was zum Teufel, als ob wir jetzt schon Reaper sind. Was ist denn mit denen? Sau unentspannt. Ah, die alten Reaper war viel netter. Ich hab nur einen Nameless neben mir bisher. Ist das zum Drop, oder was? Ich bin noch bei keinem Drop. Wir sind am lilanen Drop hier. Ihr seid am lilanen? Okay, ich komm auch dahin. Ja. Also, oben auf dem Berg noch, aber... Ah, ich seh euch, ich seh euch, ich seh euch. Oh, 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 oh. Oh, da war, da war die Border. Da hab ich voll in die Border gekracht. Ja, ich wollte grad sagen. Okay, ich komm auch runter, Leute. Und ein Seeker ist hier, glaub ich. Ja, ich wette auch, dass da gleich irgendwo ein Reaper kommt. Äh... Ja, direkt vor mir! Oh, hier kommen zwei, drei, Alter. Oh mein Gott, Alter, es geht schon wieder los. NICHT SCHON WIEDER! What the heck? Das Ding ist halt, dass wir die battle könnten, wenn wir irgendwas leuchtendes dabei hätten. Ich hab, äh, ein Leuchtvieh. Hast du? Ja. Sind das Queens oder Kings? Sind Kings, oder? Weil die Queens sind ja viel stärker als die Kings. Ich hab das nur eben ausgemacht wegen den, äh... Kannst du sehen? Äh, ne, ich seh gar nichts. Ich probier's mal. Okay, ich auch nicht, Alter. Boah. Warte. Da lang musst du runter... Also ich wär schon bereit zu kämpfen. Ja. Grauben, Alter. Wollen wir's einfach probieren? Ja, komm. Weil die haben halt, äh, Torpor, ne? Also die machen Torpor. Ja, komm. Genau. Ich bin drin. Aber Dizzy muss das Licht da machen, unbedingt, Alter. Ja, ich bin da, ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da. Okay, go. Okay, der hat sich eingebunden. Jetzt kommt er raus. Okay, go, 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 go. Easy, snacken wir weg jetzt, komm. Weg mit Dave. Ja, der blutet schon. Alter, easy. Was ist los mit euch? Oh, da ist noch, Alter. Oh, hier sind noch zwei. Okay, drauf, drauf, drauf. Oh mein Gott. Oh doch, Alter. What the fuck, wie viel Weeper, bitte? Achste Hölle. Aber wir haben schon wieder zwei tot. Alter, das ist ja immer easy peasy, Leute. Okay, okay. Ah, der eine rennt weg. Der eine kommt auch her. Der kommt jetzt auch. Ah, du musst das bitte nicht machen. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Oh, der hat auch 221 Schaden, Alter, was geht. Was ist krass? Ja. Das Ding ist, solange die Nameless hier alles sind. Oh mein Gott, ja, der ist echt gut, das glaube ich, ne? Oh mein Gott, ja, der ist echt gut, das glaube ich. Okay. 440. Würde gern mal in den... Oh, das war ein Weihnachtsnameless, der war grün. Wow. Ich guck schnell in den Drop. Okay, guck rein. Oh, ne gute Ambrust, aber leider kein Blueprint. Oh, super. Super, gespart. Wie geht's dir? Ja, gern ich ja auch. Lass mal weitergehen, komm, da hinten ist noch ein Drop. Ja. Go, 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 Team. Easy. Easy. Alter, wir machen die easy weg, was geht, man. Haben wir echt umsonst so ein krasse Paranoia geschoben die ganze Zeit. Ist echt so, ich hab mir richtig in die Hose gemacht sonst. Wollen wir gleich hinten auch mal bei dem Dings gucken? Bei dem... Obeliski? Ja, genau. Schon gut. Bin grad nicht aufs Wort gekommen. Obeliski. 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 Kommt von Baseliski. Ja, ist echt so. Sehr cooler, oder? So, hier, den dürft ihr dafür aufmachen, aber wir müssen uns wahrscheinlich eh erst wieder prügeln. Ach, du bist am Drop erstmal? Ich bin am Drop. Am blauen. Ah, da kommt auch noch jemand. Da kommen noch zwei. Easy. Hallo, E-Bims. Wow. Ist ein Licht noch? Geht ein Licht? Komm lang, genau. Hier ist... Alter. Okay, ich mach ihm elf Schaden. Äh, das ist die Wanderung. Ja, 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 ja. Bin auch weg. Okay, nice. Oh, kommt noch weiter. Okay. Ja, steht bei dir im Licht. Kommt ran, kommt ran. Kommt ran. All ins Licht. Kommt her. Okay, der kriegt immer noch viel Schaden. Oh, okay. Ich seh irgendwie nichts mehr. Ihr seht nichts mehr? So ein grüne Scheuer vor dem Auto. Echt? Ich auch. Oh, ich jetzt auch. Oh, das kommt, wenn man einen killed und da reinläuft. Stimmt. Die geben so Gase ab noch. Boah. Okay. Aber man kriegt keinen Schaden. Ihr gönnt euch jetzt den schnell, hab ich gehört. Okay, ich guck mal rein. Mach. Okay. Wir gucken. Äh, einen Sarko-Sattel. Wow. Und ein Blueprint für ein Schild. Ein guter Schild? Metall? Ja, Metallschild. Genau. Okay. Blau oder normal? Oh, da hinten kommt wieder ein lila da runter. Wollen wir direkt wieder sehen lila denn? Ja, komm, komm, komm. Ja, komm. Los. Go. Obwohl der ist noch nicht unten, weil wir vorher schnell zum Obelisten. Das ist zum Obelisten, oder? Ja, komm mal auch. Weil der ist noch nicht ganz unten. Ja, ja. Oh, ich kacke hier grad ein bisschen ab. Die will uns eins nicht fliegen können da. Oh. Okay. Jetzt bin ich am Start. Obeliski. Was geht hier denn so? Geht hier überhaupt was? Hier müssen doch irgendwo doch Explorer Nodes sein, oder? Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit... Äh, Reaper, Reaper, Reaper. Oh, Reaper. Oh, Reaper überall. Oh mein Gott. Wie viele? Wie viele? Alter, mal das Kloß. Alter, mal das Kloß. Drei Stücke im Moment. Vier, oder? Ne, drei. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung. Das sind zu viele. Einer tot. Ah. Ich hab schon wieder diesen. Ja, ich auch. Igitt. Weg mit euch, oder? Nein, ich bin wieder da rein. Soll nicht gesund sein, verätzt zu sein, hab ich gehört. Ja? Oh, Alter, ich hab komm auf Leben. Wie spielt ist das eigentlich? Es ist... Okay, wir haben noch genug Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Das ist 5 Uhr einfach. Ich rippe, ich rippe, ich rippe. Wieso? Aber du bist die ganze Zeit in dieser Verätzungswolke stehengeblieben. Ja, Mann, scheiße. Oh, Mann. Dizzy bleibt da einfach dran stehen. Okay, ja, wir machen einen Cut, Leute. Wir kommen gleich wieder. Bis gleich. Es tut mir leid. So, Dizzy ist wieder bei uns. Und in der Zeit ist ein Gelber-Drop gespawnt. Und den werden wir auf jeden Fall einsagen, Mann. Ja, Mann. Gelber muss. Das ist... Ein Must-Have. Mein Feather-Light-Glick-Carry? Ich hab den, ich hab den auf der Schulter. Achso. Der hast du erst, okay. Sehr gut, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Angst vorwiederfolgen. Ich hab grad Reapern, Mann. Das ist echt krass. Ah, Dizzy, diesmal nicht in Rauch vorwieder stehen bleiben, okay? Ja, ja, ja. Ich hab grad nur ein anderes Problem. Was denn? Ein Reaper. Ein Reaper? Ein Reaper? Ja. Zwei Reapern. Jetzt kommst du weg? Ja. Okay. Ich bin Reaper flüchten Main. Achso, ja. Ich merk das schon. Du bist richtiger Cookie auf dem Gebiet. Ich hab schon ein Reaper. Zwei, drei, vier, fünf. Vier, fünf. What the fuck? Fünf? Ich komme zu Hause. Oh, ich hab gesagt, das sind fünf Stück, Mann. Ja, wir wollen jetzt keine Geschenke Weihnachtsmalen, wir wollen jetzt Reaper vernichten. Ja. Das ist unser Geschenk. Komm zu mir. Oh mein Gott, die machen schon an, die machen schon an. Oh, da ist... Oh mein Gott, das ist zu viel, das sind zu viele. Aber ich halt mit drauf, aber das sind... Ich hab... Wir haben einen. Ja. Oh, ich muss hier aus der Wolke raus, verdammte Angst. Oh mein Gott, ich auch. Ich auch. Oh mein Gott. Wieder rein da in die... Oh, lass mich halt alleine. Nein, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Wir mussten so kurz aus der Edds-Wolke raus, weil sonst wäre das bei uns passiert, was dir passiert ist. Was denn? Ich weiß gar nicht, wo du sprichst. Nee, ich weiß das auch nicht mehr. Okay. Oh, ich muss auch aus der Wolke raus. Okay. Oh, ich bin drin. Nein, ich bin wieder drin. Oh mein Gott, mein Drache ist unterhalb, Alter. Okay, ich komme, ich komme. Hä, das Ding ist, ich sehe diese Wolke nicht, Mann. Go, go, go. Ich will keine Geschenke. Der gelbe Job ist unser Geschenk. Ich geh da jetzt ran. YOLO. Äh, nameless, ganz viele, warte, warte. YOLO. Steig nicht ab, steig doch nicht ab. YOLO. Halt, wo ist meine Maus? Alles nehmen. Oh mein Gott, da sind so viele Sachen drin gewesen. Boah. Okay, okay, okay. Ja, voll einfach gewesen. Lol. Gar keine Gegner. Mein Drache ist nur Half-Life. Ja, meiner auch nur. Ich habe ne, ich habe ne, ich habe ne, ich habe ne gute Gilly-Maske, ne gute Pumpgun, einen guten Schutzanzug, und ne gute Pistole, Alter. Die können wir jetzt bei den Cave nehmen. Aber keine, äh, keine Dings oder was? Oh, da ist doch ein neuer Reaper bei mir. Oh ja, nicht nur bei dir, ich glaube wir sind überall welche. Ja. Lass uns dann zum Lila nennen. Zum Blau? Blau oder Blau, okay. Wo ist Lila? Lila war doch auch hinten irgendwo gerade. Links irgendwo. Aber lass uns zum Blauen. Ah, da ist der Lila nennen. Ja, lass uns zum Lila nennen. Lila ist besser als Blau, oder? Wo ist der? Hier geradeaus. Ja, wir müssen ja eh beide nehmen. Also wir werden ja beide nehmen. Ja okay, die beiden nehmen wir doch und dann gehen wir an die andere Oberfläche mal, um uns die anzugucken, oder? Ja, okay. Ja. Also ihr fliegt jetzt erst? Okay, okay. Ich gehe erst zum Lila nennen. Gerade. Mir ist egal, wie wir es machen. Ja, jetzt sind wir doch schon da haben. Also mir ist egal, ich flieg aber erst zum Lila nennen. Ist mir halt richtig egal. Hört auf zu quälen. Okay. Bis jetzt kein Reaper. Vielleicht schnell gucken bevor irgendwas kommt. Ja man. Oh, wow, 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 wow. Zwei. Von oben, oder was? Ja, die sind von oben runter gesprungen. Was ist denn mit denen? Die alten Reaper waren entspannter. Ich wollte gerade sagen, die waren echt nicht so... Oh mein Gott, ich bin halt echt low, ne? Ja. Oh, ich muss aus der Wolke. Verdammt, wie ich... Oh, ich bin auch drückt. Ich brauche Hilfe, man. Ja. Leute. Ich kann nicht drehen, was für ein Wendekreis. Nein, nein, du wirst nicht rippen. Der rippt zuerst. Okay, okay. Ja, nice. Oh, jetzt muss ich da noch aus der Wolke raus. Ich muss aus der Wolke raus. Okay, wir haben beide, dann hat er gepackt. Boah. Junge, Junge, Junge. Ja, wer will das von euch einsacken? Ich habe gerade die Let's Heile gesagt. Gönnt euch. Ja, Junge. Hier erstmal die Nameless platt machen. In der Zeit heil ich mal ein bisschen. Wir machen mal Let's Heile hier. Ja, man. Ein Let's Heile, together. Easy. Ist okay. Ich mache alles allein. Das hat noch nie jemand gesehen, wie wir hier so'n Dino heilen. Also da müsst ihr halt eh auf Fleisch drücken. Hat jemand eingesackt? Ne. Ne. Ist der despawned? Ja. Oh wow. Ja, die haben gerade auf mich geschossen. Das ist bestimmt zehn Stück gewesen, gerade. Ja. Ich muss sagen, wie ist das hier langsam ein bisschen unheimlich und ungemütlich auch? Ja, lass uns hier mal eine Fliege machen. Wo ist denn die andere Oberfläche, wo seid ihr denn? Wollen wir noch den blauen schnell mitnehmen oder nicht? Oder nicht? Ey, dann lass uns blauen. Lass uns blauen treffen, der jetzt runterkommt, ne? Bei blauen. Oh, da kommt ein roter runter da hinten. Der roter? Am Eingang. Aber wir treffen uns bei blauen, komm, scheiß drauf. Oh mein Gott, Mann. Das ist einfach so. Das ist wie Weihnachten hier, ey. Nur mit bösen Gegnern und ohne Weihnachtsmann. Und so. Ja. Oh, Reboot. Kämpft ihr, oder? Nein. Noch nicht. Wollte auch euch mal. Ich hab ja Featherlite auf der Schulter. Aufm Nacken. Aufm Nacken. Easy. Boah, Alter, was geht hier ab an der Oberfläche? Das ist zu krass, ey. Krass. Richtig krass, ey. Wie lange haben wir eigentlich noch? Oh, wir haben nicht mehr so mega lange. Okay. Dann lass schnell runtergehen und fighten. Go, go, go. Okay. Und wie viele Reaper sind da so? Ich steh' bisher noch keinen. Hinter uns kommt? Also einer ist auf jeden Fall. Ja, einer kommt da. Und da ist noch einer. Drei. Oh, bitte nicht wieder 5.000. Drei Stück sind das, glaub ich. Das war der zwei. Drei? Der eine denkt sich grad so. Nö, ich hau ab. Die anderen können mal kämpfen. Die anderen können mal kämpfen. Oh, ich krieg grad nicht. Ich krieg echt auf den Sack, ne? Joes? Joes, wir brauchen denn nicht. Ja. Oh mein Gott. Drache, halt durch. Ja, komm schon. Der alte Drache hat auch immer durchgehalten. Ja, man. Rocketman stirbt nicht. So, ich sag mal, den da schnell ein, bevor er wieder despaunt hat. Ja, mach das, mach das. Heiß. Irgendein Weihnachtsscheiß ist da drin. Okay. Okay. Ich würd sagen, wir nehmen uns noch den roten mit. Aber wir machen jetzt einen Cut und treffen uns alle anderen Oberflächen wieder. Und dann zeigen wir gleich, was wir von den roten bekommen haben. Ja. Ja, man. Okay, bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind wieder daheim. Und ich hab mal gedacht, wir nehmen am besten hier auf. Weil das der beste Weg ist, das vielleicht zu erklären, wo man hin muss, um zum zweiten Eingang zu kommen. Ja. So. Also erstmal, wir springen mal hier runter. Und dann geht's hier links in diesen komischen Sumpf da rein. Da fliegen wir komplett den Sumpf entlang. Ö. Wenn wir's hinbekommen. Wenn wir's hinbekommen. Wenn wir's hinbekommen. Und dann ist das, also da ganz hinten, weil man hier kommt. Oh, hier ist ein Baselinski. Ich würd eigentlich ganz gerne das Level abchecken, aber. Baselinski? Okay. Ah, können wir hinterher auch nachmachen. Okay. Äh. Okay. Ich muss gleich irgendwo dran. So. Nein. Okay. So wie das ist. Und ich glaube, das ist schon hier, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaub hier wüsste rein. Hier ist? Wuhhh. Äh. Links ab? Links ab. Also Sumpf entlang und dann was? Äh. Wo seid ihr denn jetzt? Ah hier. Ich bin hinter dir gewesen, bisher. Da, 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 ich seh dich. Ich wollte schon sagen, du siehst mich, aber wo ist Jones? Ich bin den Sumpf entlang geflogen, wie du gesagt hast. Ja und dann weiter, da ist ein blauer Drop. Da sind wir. Ah ok ok, ich seh's Jo, hier hinten Ja ja, weiter vorne Und dann hier links ab Und ich glaube das müsste der richtige Weg sein, finde ich mich nicht ganz irre Vor Shamachi kann sich nämlich Wege gar nicht mal so gut mehr Sieht aber ganz gut aus Ich glaube auch, ich glaube das ist da hinten Ah Guck dir den Eingang an Da hinten nicht noch einer, also hier direkt daneben Ist das nicht unser Standardeingang? Was ich mich gerade frage, ist es schon überhaupt wieder so weit, dass wir überhaupt da rein können? Nein, ist es nicht Wow, wir sind richtige Bestien Ja, ich bin soweit, dann machen wir noch ein Cut-O-Com wieder, wenn's so weit ist Ja, das ist ja nix Bis gleich So Freunde, wir sind jetzt immer noch vor Ort Wir haben im Moment gewartet Ähm, die Uhrzeit passt Und wir stürzen und rein ins Getümmel, würde ich vorschlagen Ja, würde ich auch sagen, Alter Ich freu mich richtig drauf, ich würde auch mal das hier sehen Ja man Alter, hier leuchtet schon mal irgendwas richtig mies Warte, ich mach mal meinen Glowtail an Ich seh gar nichts gerade Ich hab irgendwie Angst, dass es brennt, weil es hier irgendwie so schwummig war gerade Ja, das ist gerade nicht sexy Aber hier geht's so Hartz aber Warte Nö, sieht nicht so brennig aus Nö, nö Brennig? Ja, ich hatte ein bisschen Angst Du Aua, ah Ne, Spaß Hör auf damit Ich hatte echt ein bisschen Angst, um sie zu geben Ah, das war eins krank Gibt's hier auch sowas wie Drops oder so? Die Oberflächen sind aber nicht miteinander verbunden Jetzt hab ich das jetzt nicht gesehen Ne, die sind nicht miteinander verbunden, da sind Border zwischen Okay Warte, wo geht's hier hin? Ah, hier ist schon mal ein Drop hier hinten Gibt ihr mit? Pass auf, jaja Ah, hier ist so viel Elementohr auf Ne, hier kam auch Easy Elementohr Echt jetzt? Ich mach schon mal Licht an Komm jetzt, Alter Ich hab auch Licht an Die haben mehr so Lust zum Dizzy gerade Warum spuckst du dich jetzt an, Alter? Ja komm mal her, was machst du da? Hä, ich bin aufm Stein Ich glaub, die haben nicht so Lust zu uns zu kommen Die wollen lieber Dizzy anspucken Weißt du was, dann sollen die halt weiter Dizzy anspucken Ja, genau So, hol ich mal den Drop Easy Treff mich halt nicht Alter, fortgeschrittener Rowratzall Nice, nice Das ist aber leider kein Blueprint, der ist fertig Warum kriegst du immer ne Keine Blueprint Oh, hier sind auch noch 1000 Reafer, das ist ja mega gut Oh mein Gott, direkt unter mir Okay, lass die abhauen Achter Ich bin mal hier oben hin Kann man hier oben drauf? Oh ja Alter Alter Die Aussicht hier ist seit richtig heftig Wow Wo seid ihr da? Aufm Berg oder was? Oh, ich bin jetzt gerade weitergeflogen, sorry Bin auch hier oben Na gut, dass wir uns absprechen, wo lange wir fliegen Ich bin einfach voll da, ich melde, es tut mir leid Bist du aufm Berg? Jones? Ich bin gegenüber von dir, wenn du da an der Spitze hängst Jaja, genau, genau Warte, ich komm zu dir Weiß halt auch nicht, wo Machi ist jetzt Nee, ich flieg grad Richtung Obelisk Äh, wo ist der denn? Achter Oh, da ist noch nen Drop Lila noch Drop davor, den nehmen wir, oder? Ja, safe Ich hab die ganze Zeit Ich will eigentlich voll gerne Explorer Notes mitnehmen Aber der ist noch nicht unten Es sind nicht so die besten Zeiten dafür Ist das noch nicht unten? Lila Drop Bin da Ja, ich auch Reaper ist da Reaper ist auch da Oh, easy Aua Kann ich bitte in die Richtung springen, Drache? Bitte? Danke Dreh dich doch mal So Oh Hey, ich komm auch dazu Ich hab übrigens, Freunde Den Drachen gewechselt Nicht, dass ihr euch wundert, ne? Machi hat mir seinen da mal ausgegeben Ja, ich bin Ehrenmann Ich dachte Ausnahmsweise gewicht ist immer mein Oh Super Aus meiner guten Zucht Ja Machi ist das Beste Aber hier ist ja Das dauert ja noch ewig Ja, so ne Stunde vielleicht Dann können wir ja noch zum Obelisten gehen Ja Vielleicht ist da ne Explorer Note Ich will unbedingt die Explorer Note sammeln hier eigentlich Ja, das stimmt Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen All der Obelist ist ja mal richtig zerstört, was geht Ja Der hat Aaaaah Hallo Mr. Seeker Sir Ich mach mal übers Licht aus Dann bist du nicht so Stark Tschüss Oh wow Wow Sieht echt krass aus Das sieht übertrieben nice aus Das sieht übertrieben nice aus Ich wundert, dass das hier keine Weaver kommen gerade Wir kommen Nameless Nameless Aber Ja Ich mach mein Licht an In der Bude hier Was Was leuchtet denn da Was leuchtet denn da Hier ist ne Explorer Note Echt Oh Warte ich steh drauf Ich hab's Ich geh raus Ich will auch Hey Ich möchte auch gerne Ja lass mich doch mal erst korrigieren Ja ok Ok Ich hab dich doch extra ausgemacht Ey Seeker hör auf mich so zu schocken Entry 11 Ok Ok Weiß ich nichts mehr anzufangen Nehme ich trotzdem Nehme ich auch nicht Habt ihr euch den Weg zurückgemerkt eigentlich Natürlich Nämlich hier lang Ja wir sind Main Und dann Da oben hin Und dann Lila Drop ist bestimmt da Und dann bin ich da Ja Und hier kommt schon irgendwas aus dem Boden hab ich grad gehört Meine ich Ja hinter dir her Hinter mir? Ich sprung direkt an Lila Drop ist er jetzt Ja komm One on one Reaper Komm her Ah da da Two on one Two on one Hier Wie ist das eigentliche? Three on one alter Oh mein Gott ne Three on two Wo kommt der jetzt her? Ah Alter der wird so ein Level Die sind halt Oh nein die eklige Ätze Ich muss einfach jetzt raus Oh ja was Ok Du schreckst mir Du schreckst mir So hinterher Wow Ok der ist auch Down So ihr dürft einsammeln Ja Josy Team Josy darf sich den Drop einsacken Oh ich bin schon wieder da drin Äh Chitin Brustplatte Geil Supergeil Wer nicht? Ne Das war's Oh mein Gott Das ist halt echt mager Das war super mager Das ist schade Ich dachte wir können hier wieder mies absacken 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 Einsacken und absacken Das gleichzeitig Absacken Oh Reaper ist im Haus Ich würd auch sagen wollen wir noch so lange Drops einsammeln Bis es wieder so weit ist dass wir hier wieder fliegen müssen Und dann treffen wir uns wieder mit den Sachen die wir eingesammelt haben Würde ich sagen machen wir was Ok bis gleich Leute Gleich Freunde So Leute da sind wir wieder und wir wollten euch jetzt mal zeigen was wir alles so abgesahnt haben Hier Alles im Tresor Alles versammelt Wir haben ein Eine gute Armbrust Eine gute Ghillie Maske Wer auch immer die braucht Aber die Pumpgun ist echt gut Der Schutzanzug ist echt gut Die Pistole ist echt gut Die Pike ist echt gut Haben wir leider nur eine Kein Blueprint Aber ich hab ein Blueprint zuhause davon Und ich glaub die ist sogar besser Äh ne die hat einen Schaden weniger EIN Schaden weniger Oh mein Gott Oh shit Dann leben wir die nicht mehr Und den Chili Helm Skin Den sag ich mir jetzt ein Den werde ich mit euch erstmal aufsetzen Gute Schrotflinte auf jeden Fall Dann wieder so einen hässlichen Zauberhut Dann hier so aus Ein Kletterpickel haben wir bessere Dann Wohratal Der ist echt nice Den hab ich hier eingesammelt Der ist echt nice Dann hier Sichel ist ganz gut Aber leider auch eine fertige Und der Rest ist glaub ich Die Sniper ist auch gut von dir Die Sniper ist echt sexy Die Sniper Da sind echt gute Sachen bei Und das Metallschild hat Hunderten Äh 1.999 Haltbarkeit Und die hat normalerweise 1.250 Also auch relativ gut Obwohl es ne primitive ist Ja Und ich will mir jetzt diesen Wunderschönen Skin Aufsetzen Und wehe ich Das hat's auf jeden Fall gelohnt Die Reise ne Und wir Ich Wie sieht das denn aus? Wie gescheuert sieht das aus? Alter ich werde damit einfach Die ganzen Tag Mein ganzes Leben Werde ich mit diesem Skin rumlaufen Ey ist das Ich seh also übel glücklich aus Guck mal Habt ihr mich jemals so glücklich gesehen? Manche du warst noch nie so glücklich Alter So muss ich jetzt immer meine Leute begrüßen Alter Hallo liebe Freunde Herzlich Willkommen Hier ist wieder euer Chili Man Und Alter ich seh nice aus Neuer Kanal Kanal Name incoming Ja Chili Man Chili Man Heiß ich ja Mach Chili Alter Mach Chili Mach Chili Auf jeden Fall haben wir eine ganz nice Sache gefunden War ein geiles Abenteuer fand ich auch wieder War Richtig sexy War schon schön Also es hat mega Spaß gemacht Ja Und dann würde ich sagen Dann war's das für die Folge oder? Ja Machen wir feiern Leute ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn ja würden wir uns sehr mit den positiven Werten freuen Nicht wahr Dizzy? Oh ja Sehr gerne Freunde Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder Ich wünsche euch allen noch einen ganz ganz schönen Tag Und Tschüss Ich gucke es nicht so schlimm aus Tschüss Tschaui